hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten sparspiel video das müsste jetzt die dritte woche im oktober sein und der erste teil bevor ich hier alles fertig mache und mit euch anfangen zu spielen wollte ich euch noch einmal in einem video sagen dass ich meinen namen geändert habe manche von euch haben schon gemerkt und mich auch angeschrieben genau also ich habe meinen namen geändert auf instagram und auf youtube und heißt jetzt da die lehrer budget genau warum die änderungen einfach weil ich ja schon eine weile nicht mehr zufrieden bin mit märkten weil ich schon eine weile nicht mehr zufrieden war mit meinem namen und ja das habe ich jetzt geändert jetzt bin ich wieder höchst zufrieden und ab und an muss bei mir eine änderung her und das war jetzt im moment eben diese änderung genau gut also dann würde ich sagen wir beginnen ich glaube ich habe alles gesagt was wichtig ist denkt an das gewinnspiel das endet ja jetzt am freitag also ihr habt jetzt wenn das video kommt noch zwei tage zeit heute ist ja mittwoch donnerstag und dann habt ihr bis freitag noch zeit freitag inklusive und wenn es dann 0 uhr schlägt zur samstag zum samstag dann ist das gewinnspiel beendet genau gut dann würde ich sagen wir zählen das geld und ordnen das ein bisschen denn das hier ich habe überlegt das fürs video und für das bildschirm richtig hinzulegen aber ich würde es gern lieber hier mit euch zusammen machen auch wenn es den ein oder anderen vielleicht stresst genau das darf ich nicht zu weit runter legen und hier ist mein geldständer den ich bekomme ganz oft die frage woher ich den habe deswegen sage ich jetzt gleich der ist von frugalista.de sie ist auch auf etsy und ich habe ihn tatsächlich bei etsy bestellt genau dann ist das hier auch geklärt dann haben wir das gemacht dann habe ich gesagt mein namen gut dann können wir doch beginnen jetzt habe ich gar nicht gezählt okay also hier sind 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 euro das tippe ich gleich ein und dann vergesse ich dass mein taschenrechner will heute nicht 16 euro plus 50 cent das hier könnten wir eigentlich wobei ich spiele da sehr ungern damit aber wir können sie nachher dazu rechnen wenn ich es nicht vergessen so dann haben wir jetzt 20 euro das ist der einzige 20 euro schein jetzt machen wir ein bisschen rüber damit ihr da den wunderschönen geldständer seht also plus 20 dann haben wir hier 10 20 30 40 50 60 70 ich zähle noch mal nach 10 20 30 40 50 60 70 70 euro ich zähle noch mal nach ich zähle noch mal nach 10 20 20 dann 30 ich zähle nochmal nach 10 20 30 und 40 40 dann sind hier 146 euro plus das hier das rechnen wir jetzt auch dazu falls ich es doch benutzt 1 2 ich muss es kurz rausholen sonst funktioniert es hier nicht also 1 2 3 4 5 6 euro es sind also insgesamt 152 euro das lasse ich hier einfach an der seite wir spielen heute wieder die ersten zwei beiden da also den hier und den hier denn ich habe mich ja dazu entschieden immer nur zwei zu spielen weil sonst die videos zu lang sind für alle die mich nicht kennen ich bin die wollen und bei mir dreht sich alles um budget sparspiele und geld sparen jetzt können wir aber loslegen und wir fangen beim auto an und ich würde sehr gerne rubbeln dazu brauche ich hier mein budget buch und meine rubbel hilfe ups ich möchte rubbeln 1 2 3 4 6 wir haben jetzt noch genau felder das heißt ich könnte einen würfel nehmen hier liegt ja einer praktisch jetzt muss ich dafür sorgen dass ihr das seht das ist eigentlich kannte das ist ein bisschen blöd hier mit dem mit dem und ja ich weiß manchmal nehme ich die kante und manchmal nicht aber das mache ich tatsächlich einfach nur weil einfach so der das gesehen jetzt ist es eins ich nehme jetzt hier das erste feld schreibt mir doch mal in die kommentare ob ich das mit der kante so ernst nehmen soll in den spa spielen weil irgendwie finde ich schon blöd ich könnte jetzt natürlich auch sagen okay dann rubbel ich einfach die zwei felder frei und je nachdem was hier was sich hier für ein betrag versteckt 4 euro ja ja dann mache ich den zweiten auch noch jetzt ich würde diese challenge gerne demnächst beenden da sind fünf euro drunter also das sind neun euro insgesamt neun euro ein euro habe ich nicht mehr neunzehn also 19 euro wenn ich jetzt hier noch eins weg streich 19 euro ich hätte gerne geraden betrag was haben wir denn drin ach wir haben 63 drin okay dann ist ja okay wenn ich jetzt die drei euro raushol hier ich müsste also hier im betrag sparen ne dann ist auch wieder ungerade ich bräuchte einen euro ja gut dann lege ich jetzt 19 euro rein und gut ist und schaut mal ich habe einen neuen stift den habt ihr glaube ich auch schon in einem video gesehen den habe ich geschenkt gekriegt von meinem papa und der ist so schön ich habe den ja schon öfter in videos gesehen viele von euch haben den ja also die meisten haben den glaube ich in gold und ich war immer zu geizig mir den zu kaufen weil ich habe gedacht ja die anderen tun es ja auch und jetzt ich habe ihn und das war tatsächlich einfach so ein geschenk also den habe ich aus der reihe gekriegt genug gelabert 19 euro das ist natürlich blöd mit dem hier aber warum liegt hier noch so ja ich bin gerade etwas verwirrt wenn ich jetzt vier euro rein legt ich bin gerade ich kann nicht rechnen gerade ich kann nicht denken ich lege jetzt einfach wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch einen 5 euro schein rein legt dann kann ich ein euro rausholen stimmt das ich mache es jetzt mal und wir zählen nach nicht dass hier nachher irgendwas nicht stimmt natürlich erst mal aufschreiben ich weiß schon wieder nicht welcher heute ist moment gut dass mein budget buch hier liegt heute ist also heute ist nicht der den also heute ist eigentlich der 14 ich drehe vor weil ich ja nächste woche wieder arbeite und deswegen kriege ich das nicht hin aber ich würde trotzdem den 18 aufschreiben 18 10 also dass der mittwoch dann wenn ihr das video seht weil eigentlich hätte ich das video da gedreht aber ich schaffe das nicht unter der woche das zu drehen 19 und dann sind wir hier bei 8 82 stimmt es also wenn hier jetzt 82 sind dann stimmt 20 30 40 50 60 70 80 82 also das stimmt das stimmt dann wird es wohl richtig sein wenn irgendwas nicht so stimmt wie ich jetzt hier behaupte entschuldigung jetzt seht ihr gar nichts dann bitte schreibt es mir in die kommentare sei zu gut und ich werde diese challenge diesen monat nicht beenden können das ist aber blöd ne werde ich nicht schaffen das sind noch 10 20 30 40 ist noch zu viel aber ich werde wahrscheinlich geld rausnehmen müssen leider leider bevor sie beendet ist denn ich lasse reifen wechseln und das hier wird nicht reichen wahrscheinlich gehe ich davon aus so dann auch ich den würfel für die schatzsuche ich lebe doch nicht aneinander ach ja ganz unten natürlich das ist die schatzinsel ach so ich hatte ihn schon raus geholt ich glaube schon also sind wir jetzt dann auf start 3 3 seht ihr das ist das was ich meine manchmal also ich nehme jetzt die 3 1 2 3 und ich spare 3 Euro glaube ich mache es wie Susan und schreibe es mir erstmal auf so hier ist ein zettel 3 Euro 6 habt ihr noch gesehen 1 2 3 4 5 6 2 Euro das habt ihr jetzt nicht gesehen oder es ist eine 4 1 2 3 4 noch mal 2 Euro dann sind wir jetzt bei 3 5 7 1 2 3 4 gut jetzt immer bei 11 dabei belassen jetzt 4 5 6 8 11 ja gut 11 Euro wenn ich jetzt ach ne das reicht mir nicht mehr ach doch ne ne leider nicht naja mal schauen ob ich Geld rausnehmen muss aus der Challenge oder ich nehme es aus sonstiges ich schau mal ich würde natürlich schon gerne die Challenge erst beenden bevor ich da Geld rausnehmen 11 habe ich jetzt gespart dann sind hier 26 drin 26 plus 30 von sonstiges hm mal schauen dann Schneewittchen achso ich verlinke euch die Spiele und die Shops wieder unten in den in der Infobox genau so hier haben wir Schneewittchen Säckchen in lila ach Apfel ok 5 es wird irgendwie langweilig soll ich nochmal würfeln aber dann habe ich halt weniger für die Kinder und die Kinder brauchen viel und ich brauche auch viel und überhaupt und ach ach wie viel sind da jetzt drin 13 13 13 13 13 Euro haben oder nicht haben ich glaube das sage ich auch ganz gern haben oder nicht haben ja ich drehe das Video auch heute weil meine Kinder sind einfach ausgeflogen dieses Wochenende die sind nicht hier und das heißt ich kann ganz in Ruhe mein Kram machen deswegen hört ihr es auch im Hintergrund nicht brüllen ausnahmsweise äh ja ansonsten drehe ich ja ganz oft wenn die Kinder da sind und dann dürfen die eben Switch spielen oder eine Serie gucken und wenn die Switch spielen dann sind die halt laut weil dann äh bewegen die sich dazu und ja machen Wettkämpfe draus also die spielen dann halt zusammen meistens auch zu dritt also die Nichte ist dann auch da und dann spielen die da und sind halt laut wie Kinder halt so sind genau so diese Challenge so welchen Würfel spare ich 3 8 9 das sind 9 wie viel haben wir hier drin steht nicht dran also hier wäre ein Euro Stück drin 9 9 das wären 14 das wären 20 stimmt das 11 12 15 20 ich glaube das mache ich ich spare die 20 oder was kommt hier eigentlich kommt da den noch die Schatzinsel ich auch gern fertig machen will ok ich spare die 9 ich spare die 9 ich spare die 9 ich spare diese 9 und hole hier den 1 Euro raus und dann kann ich hier nämlich 10 reinlegen genau so mache ich das geht zu dann die geheimnisvolle Schatzinsel hier das ist doch die geheimnisvolle Schatzinsel ja so so eine 5 ah ich bin ja schon auf aha ich würfel gar nicht mehr fällt mir ja gerade auf ich bin ja schon auf der Schatzinsel halt das bleibt drin das kommt hier raus ich bin ja schon auf der Schatzinsel und so und ich bin jetzt hier das heißt ich gehe hier weiter das wären 20 sind 8 Euro 10 Euro 10 Euro 10 Euro 70 das kommt hier noch also das hier würde ich auf jeden Fall sparen oder ich mache hier 3,8 und da 2 Euro draus dann habe ich auch 10 ich glaube so mache ich es und ich hole 10 Euro raus und lege dann hier 20 Euro rein und dann habe ich 10 Euro gespart dann habe ich das hier gespart das hier gespart und das hier ja 8 10 ja genau das hier ok weil das natürlich auch blöd ist weil ich will auch dieses dieses Spiel rausnehmen ich habe jetzt 10 Euro rein und jetzt spare ich nochmal 2 2,50 2,50 und oje 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 also 2,50 spare ich auf jeden Fall noch und bin dann hier und das rubbel ich jetzt auch noch frei denn ich habe nur noch eine Woche und dann soll das Spiel muss muss das Spiel leider gehen und ich habe so viel noch hier und im Dezember habe ich ja die Adventskalender bei da werde ich wahrscheinlich kein Spiel spielen weil ich sie da erst auspacke oh und Leute ich habe mich so gefreut gestern habe ich ein Paket bekommen das öffne ich nachher auch noch mit euch zusammen also ich habe schon reingespickelt ich konnte es nicht erwarten äh denn es ist ein Adventskalender angekommen und ich werde euch natürlich nicht zeigen was innen drin ist das weiß ich ja selber nicht aber wir schauen mal rein genau so ich habe hier so ein Skelett ausgegraben hier Wahnsinn das glaubt ihr keiner mache ganz viele Fotos und spare 3 Euro 3 Euro 3 Euro dann habe ich hier 5 zapp jetzt habe ich 5,50 Euro 5 Euro 9,50 Euro 10,50 Euro 10,50 Euro 10,50 Euro 10,50 Euro ja ich glaube schon dass ich das mache 10,50 Euro 10,50 Euro also stimmt es jetzt hier 3 Euro 7 Euro 8 Euro 10,50 Euro genau dann dann die anderen 10 habe ich ja schon reingelegt ja oh mein Gott jetzt wird es kompliziert gut gut und jetzt rubbel ich das hier noch frei und dann habe ich das nächste Mal nur noch die so mache ich das jetzt und ich hoffe da kommen jetzt nicht 20 Euro oder so aber es ist ja ein Kinderspiel also ein Spiel für Kinder und ja und das nächste Mal eventuell wenn mein Sohn Lust hat spielt er mit ich schau mal oder ich drehe es jetzt noch will ich eigentlich nicht aber jetzt hätte ich Zeit ich weiß es nicht ich weiß es nicht er hat auch irgendwie nicht so das Interesse wie Leo in mir mit zu spielen das Problem ist halt dass ja meine Kinder jetzt ganz viel mit Freunden machen und ich dann eher so ja nicht unwichtig aber eben Nebensache bin und dann wollen die natürlich lieber mit Freunden spielen als mit mir hier diese Sparspiele so hier ruht der gefürchtete Pirat Santiago das Grab verursacht bei dir eine Gänsehaut vielleicht ist es verflucht gehe lieber ein Feld weiter ok also ich gehe noch ein Feld weiter und spare 5 Euro so und jetzt bin ich hier aber ich streiche es mal durch damit ich weiß dass ich hier war ok gut das ist natürlich jetzt schon eine stolze Summe jetzt habe ich insgesamt 25,50 Euro gespart 10 Euro habe ich ja schon reingelegt wir gucken auch gleich ob das dann stimmt was ich hier gemacht habe 10, 20, 25, ja und dann sind hier drin 53, 50 stimmt das? 53, 50 Taschenrechner hilf mir einfach nur um nachzurechnen dass hier kein Blödsinn entsteht ja stimmt aber 53, 50 müssten jetzt hier drin sein jetzt kann ich das hier wieder reinlegen also jetzt ist der Umschlag leer das Geld kommt aber wieder rein so 10 ich mache das so 20 40 50 53 ne das sind 52 was habe ich jetzt für einen Blödsinn gemacht? also hier ist kein Euro mehr drin ich sehe keinen mehr wir gehen es nochmal durch also ich habe das hier gespart dafür habe ich 2 Euro gespart, ja? dann 5 Euro sind 10 Euro 12 Euro 12,50 Euro der hier war 3 Euro 12 Euro also 15,50 Euro 19,50 Euro 20,50 Euro 25,50 Euro 25,50 Euro und 28 plus 25,50 Euro sind 53 gut, dann habe ich wohl irgendwo geschummelt oder was vergessen jetzt stimmt's jetzt mache ich das Dashboard zuerst rein und dann kommt das Geld rein und dann der Tracker noch gut, das hier kommt wieder weg jetzt juckt mein Handgelenk hier lege ich auch wieder nur 4 Euro oder so rein das heißt ich hole hier ein Euro raus und dann kommt hier 5 Euro rein jetzt kann ich das hier durchstreichen dann sind hier 5 Euro Quatsch 4 Euro habe ich reingelegt und dann sind hier 92 drin und ihr wisst ja da sind nicht 92 Euro drin ich habe da einen Platzhalter drin genau dann Black Angel zum rubbeln und 2,4,5 das sind 10 Felder und 10 seiten und 10 seiten und 10 seiten und 10 seiten habe ich glaube ich irgendwo aber wisst ihr was wir machen es anders so ich nehme einen 4 seiten Würfel und einen 6 seiten Würfel und ich habe hier eine 3 und eine 2 das sind 5 1,2,3,4,5 und dann rubbel ich das hier frei das lässt sich gar nicht rubbeln das habe ich schon mitgekriegt in ein paar Videos dass die Herzen schwer aufzurubbeln sind ja gut aber wir sehen es ja es sind 10 Euro genau da ist auch noch das Geld von einer anderen Challenge drin 10,20,25 Euro gut so dann dann spiele ich lieber einmal öfter gut dann würfel ich doch mal bei Adventure of Budgeting mit dem Farbwürfel gelb ah hier hat es schon aufgekratzt ich muss da echt aufpassen vielleicht mache ich da doch einen extra Umschlag nochmal äh gelb hier fehlt mir tatsächlich nur noch blau und lila gelb ist die Tombola ttd tt der. Die Tombola hier haben wir sie das heißt ich darf ein losziehen willkürlich eins gezogen und was ist da da eine zwei eine süße zwei Ich lege es einfach mal hier daneben sodass ihr es nicht mehr sieht Sieht sonst so unruhig aus zwei und dann sparen wir natürlich auch zwei so ihr lieben meine kamera ist gerade ausgegangen ihr habt noch die tombola gesehen dafür habe ich zwei gespart dann habe ich noch mal gewürfelt und habe die würfel challenge gewürfelt also rot und ab dann gewürfelt mit diesem würfel habe eine 2 gewürfelt und habe noch mal zwei euro gespart das heißt wir waren bei vier euro und jetzt muss ich überlegen genau dann habe ich noch mal gewürfelt und hatte hier oben challenge und habe hier dieses feld frei gerubbelt und das sind sechs euro und habt ihr auch gespart das heißt wir waren bei zehn euro und dann habe ich jetzt gerade das los haben wir gemacht genau und dann habe ich noch mal gewürfelt und hatte das sparspiel und ich weiß gar nicht mehr ich glaube ich hatte das habe ich gewürfelt eine 6 glaube ich genau eine sechs bin auf dieses ich zeig euch mal kurz bin auf dieses feld hier gekommen und musste mit dem adventure würfel würfeln und habe dann eine vier gewürfelt und die liegen hier und jetzt sind wir bei 14 euro und 14 euro das heißt ich würfel noch mal genau ja ja gelb ist noch mal die tombola gelb ist noch mal tombola oje noch mal tombola ist natürlich gefährlich dann nehme ich jetzt den das los hier ganz unten und ich habe die vier okay also der spiele gott meint sollte gut mit mir das sind acht aber ich lege mal nochmal vier raus vier und gut einmal würfel ich noch einmal und dann ist aber beendet so blau ist das diese blau schon ja wir haben nur eine blau juhu blau das heißt ich darf hier rubbeln und blau ist die spar challenge hier diese spar challenge und darf ich jetzt zuerst auf rubbeln und dann den betrag sparen ich mache das jetzt damit ich weiß welchen betrag ich sparen soll damit da eine runde summe drin ist hier rubbeln ist natürlich bisschen du ich krieg das jetzt einfach mal so blöd hierhin seht ihr das wer es nicht sehen will der schaut jetzt bitte weg ach da ist nur eine summe drunter genau 9 euro und jetzt zählen wir mal zusammen ich habe hier glaube ich 18 genau 9 18 27 und dann mache ich doch einfach eine 3 27 und dann haben wir hier nämlich 30 so mache ich das genau so wird gemacht und das lege ich jetzt glaube ich einfach hier rein das suche ich dann zwar wahrscheinlich nächste woche aber so ist halt also 10 20 30 falscher stift 30 und dann sind hier haha 59 drin sehr schön so das war das letzte spiel und das machen wir nicht fertig das andere brauche ich nicht fertig machen dann würde ich sagen wir legen die letzten zehn euro wir legen die nicht da rein wir legen die tatsächlich in die nikolaus sparen challenge von kreativ frage und eigentlich könnte ich die vier auch noch hier rein legen und den rest lasse ich für die nächsten sparspiele also habe ich hier jetzt noch mal 14 euro reingelegt dann sind wir hier auf 198 stimmt das 88 98 ja super wir nähern uns in langsamen schritten aber wir nähern uns mal gucken was ich jetzt noch sparen muss also 397 ist der betrag und werden jetzt drin 198 das heißt 199 euro fehlen noch halte ich der würfel gehört da nicht rein ja da bin ich mal gespannt ob ich das schaffe bis kurz vor weihnachten oder bis vor weil eigentlich will ich ende november fertig sein mit den ganzen sparspielen wird es halt ein bisschen schwierig ich muss mal gucken ich habe jetzt noch mal bei rebuy bücher verkauft also ich ja ich habe immer noch bücher aber die ja sind mir jetzt halt schon wichtiger aber ich habe jetzt die gehen lassen die schon gelesen habe und die mir nicht so viel bedeuten ich habe natürlich ein paar lieblings bücher die kann ich noch nicht hergeben ich arbeite dran aber ja im moment noch nicht und ich habe auch noch viele ungelesene bücher wobei ich da gerade auch aussortiere welche bücher ich wirklich unbedingt lesen will und welche ja naja genau also da habe ich was verkauft und das fließt direkt hier rein und ja muss mal schauen wie das wird also meine challenge die ich mir selber setzt ist natürlich bis spätestens ende november diese challenge komplett voll zu haben und das sind jetzt dann noch glaube ich fünf wochen und 199 teilt durch fünf das sind dann natürlich 40 euro in der woche das muss ich natürlich schauen wie ich das hinkrieg ich könnte natürlich auch einfach so machen dass ich das geld einfach immer nehmen und direkt in nikolaus sparen will ich aber nicht also ich nehme dann das geld das ich habe also ich habe jetzt schon die adventskalender da habe ich schon einiges bestellt ja werde das geld dann aber auch hier rausnehmen wieder also erst wenn wenn ich das geld hier rausnehmen werde ich es auch im budget haben ja ich mache das ein bisschen kompliziert aber ich möchte hier noch nichts rausnehmen beziehungsweise will ich die challenge erst voll haben das ist so ein punkt wo ich mir denke so das budget auf null zu setzen war nicht klug denn da war natürlich schon einiges geld drin ich muss mal schauen wie ich es hinkrieg also es ist jetzt nicht schlimm wenn da nicht der gesamte betrag drin ist aber wäre natürlich schon schön ja natürlich schon schön genau gut ihr lieben das war es von mir heute schon wieder leider ich tue den hier noch mal weg der hat heute hier eigentlich nichts zu suchen ach so leute das war es ja noch gar nicht ich wollte doch mit euch noch das paket öffnen das machen wir jetzt hier geöffnet denn ich will euch ja die adresse nicht zeigen aber hier das ist so eine schöne kiste ich hole die mal raus moment hier sehe ich hole euch mal ein bisschen weiter weg oh mein gott es ist so eine schöne kiste und die ist wirklich stabil also das ist richtiger karton wunder wunderschön ich freue mich sehr und wenn wir das auch machen es ist natürlich das licht ein bisschen im weg moment dann sehen wir hier ein paar umschläge das sozialenraum hier ein kleines nikolaus paket oder weihnachtsmann ja wer auch immer dann ist hier ein goldenes ticket da weiß ich selber noch nicht was genau das ist aber ich darf euch leider auch nicht zeigen da ist was zum aufrufeln drauf und das kann ich zeigen ich habe es noch nicht aufgerubbelt und das darf ich aber nicht mit euch machen das muss ich tatsächlich alleine machen das hier ist ein godi das habe ich gelesen ich habe schon mal reingespickelt also da ist wie schokolade also ja das heißt nur es ist schokolade drin und ich glaube ich weiß gar nicht ich habe es vergessen ja noch so ein organza säckchen mit einem würfel also so schön hier eine karte und da steht auch ich soll die türchen nicht öffnen zumindest nicht in den sozialen netzwerken wenn nicht der entsprechende tag ist und ganz ehrlich leute ich werde es auch nicht öffnen es sei denn es ist jetzt der erste dezember denn ich will mich ja selber überraschen lassen denn dafür habe ich ja den adventskalender gekauft oh mein gott ich freue mich so genau und dann ist hier noch mal so ja so ein advents sparen guti glaube ich darüber will ich dann hier auf und dann spare ich drei plus irgendwas also mega cool und hier sind noch zwei größere päckchen einmal für den 6 dezember und einmal für den 24 dezember ich freue mich so sehr und weil ich euch das jetzt gezeigt habt darf ich endlich das goldene ticket aufgrubbeln natürlich ohne euch ja ihr lieben das ist die box der adventskalender von trio design oh mein gott es ist so schön ich wünsche das wäre schon dezember naja gut jetzt muss ich mich halt gedulden so ihr lieben das war es jetzt aber wirklich es hat wieder sehr viel spaß gemacht und ja wir sehen uns beim nächsten mal ich wünsche euch noch ich wünsche euch noch einen schönen guten morgen einen schönen mittag einen schönen abend oder eine schöne nacht bis dann dann ja 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 Vielen Dank.